Take my hand, you'll have to never, never land. Das Bewegungsprofil von deinem Handy. Du bist vorgestern Abend sehr wohl in der Südstadt gewesen. Woher haben Sie denn bitte meine Handynummer? Das sollte dein kleinstes Problem sein. Also, warum hast du gelogen? Ich war nicht in diesem Bonzenviertel. Ich bin da sowieso noch nie gewesen. Sollen wir jetzt wieder von vorne anfangen, oder was? Junge, da steht es schwarz auf weiß. Ja, ich war da aber nicht. Und außerdem wurde mir vor ein paar Tagen mein Handy geklaut. Ach ja, klar. Jetzt wurde es geklaut, ja? Ja. Okay. Und wo wurde es geklaut? Keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, dann... Wenn mein Handy wegkommt, dann weiß ich doch, wo es ist, oder nicht? Ach. Wo ist es denn? Ach, doch nicht geklaut. Was ein Glück. Ist ja wieder da. Ja, es war geklaut. Und seit heute Morgen habe ich es halt wieder. Okay. Und woher? Hast du es heute Morgen wieder? Es lag auf einmal vor der Tür. Oh Gott, das wird ja immer besser. Wissen Sie was? Ich muss mir den ganzen Scheiß hier sowieso nicht geben und mir den ganzen Mist von Ihnen anhören. Du hältst jetzt mal schön den Ball flach, ja? Ach, ich will jetzt gehen. Sie können mich sowieso nicht festhalten. Nicht wegen sowas. Das wird sich zeigen. Ja, was gibt es denn so dringendes? Ja, mein Sohn hat... Hier, das habe ich gefunden. Und das gehört nicht ihm? Nein. Also weder mir noch meinem Sohn. Und seiner Freundin gehört es auch nicht. Deswegen haben wir sie gleich gerufen. Ist das etwa vom Einbrecher? Na ja, das wäre möglich. Allerdings könnte es auch Ihre Putzfrau werden. Ja, wie geht es Frau Stenzler eigentlich? Tja, leider weiterhin nicht gut. Wo haben Sie das gefunden? Also, das lag hier. Wissen Sie, hier so halb drunter. Da? Ja, da, da. Also, ich habe die Spurensicherung alles abgesucht. Das können die eigentlich nicht übersehen haben. Ja, ich war aber dabei, als Arbeit das Feuerzeug gefunden hat. Und vielleicht haben Sie Ihre Kollegen was übersehen. Vielleicht haben Sie einen Fehler gemacht. Tja, war nicht so ein. Das lag aber definitiv da drunter. Ja. Okay, wunderbar. Schick es mir gleich aufs Handy, ja? Danke. Ciao. Ja. Und, wie geht es dem Mädchen? Na ja, schon besser. Die Ärzte haben sie jetzt aus dem künstlichen Koma geholt. Oh, das ist gut. Dann können wir bald mit ihr sprechen. Es wird noch ein bisschen dauern. Also, vor allem braucht es jetzt erstmal Ruhe. Aber die Ärzte informieren uns, sobald sie stabil ist. Okay. Die Fingerabdrücke auf dem Feuerzeug gehören zu einem Marcel Schreiber, 18 Jahre alt. Und warum haben wir die in dem System? Körperverletzung, Diebstahl, Verstoß gegen das BTMG. Okay. Aber kein Einbruch. Na gut, das heißt ja nichts. Er kann trotzdem unser Mann sein. Dann reden wir doch gleich mal mit ihm. Wo wohnt denn der? Steiermarkstraße 13. Ganz in der Nähe des Bannersviertels. Okay. Das hat bei seinen Eltern gebetet. Okay. Jana? Was machst du denn hier? Ich arbeite hier. Hab leider nicht sein Glück für meinen Freund. Muss mir mein Taschengeld selber verdienen. Verstehe. Und Sie? Was machen Sie hier? Wir wollen mit Marcel Schreiber sprechen. Seine Mutter hat gesagt, dass wir ihn hier finden. Marcel, der ist im Gruppenraum. Hat er was angestellt? Hat dein Freund dir von dem Feuerzeug erzählt, dass er heute Morgen unter dem Sofa gefunden hat? Er hat mich sofort angerufen. Aber ich rauche nicht. Deswegen habe ich auch nie Feuer dabei. Na ja, vielleicht gehört das Fahrzeug Marcel. Was? Jetzt reden wir erstmal mit ihm. Hat er vielleicht die Frau niedergeschlagen? Dazu können wir leider nichts sagen. Ja klar. Marcel weiß ja, dass ich mit Avi zusammen bin. Und dass er und sein Vater total viel Kohle haben. Wir reden jetzt erstmal mit ihm. Da drin im Gruppenraum sagst du, ja? Danke. Ja, dann gewinne ich. Nehme ich da auch mal. Kriminalpolizei, hallo. Ja. Freunde, ohne Woll ist doch eh langweilig, oder? Was soll denn der Scheiß jetzt, hä? Marcel Schreiber? Ja, und? Hast du das schon mal gesehen? Ja, das meins. Wo habt ihr das her? Wir haben das Feuerzeug aus der Villa der Knechts. Okay. Und wie kommt das da hin? Tja, das wollten wir dich ja nicht fragen. Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nie da. Aber du warst doch sicher schon mal auf der Dienststelle einer Puddelzei. Ja, und? Dann begleitest du uns jetzt. Boah, was soll denn das jetzt wieder? Ey, jagt den Falschen, ja? Ja, das werden wir dann noch sehen. Komm, Jacke anziehen, mitkommen jetzt. Was soll denn das jetzt wieder? Echt? Auf Marsch. Ach, Mann. Ich war noch nie in dem verdammten Haus der Familie Knecht, ey. Das müsst ihr mir glauben. Ich kann mich nicht erinnern, dir das du angeboten zu haben. Ja, okay. Und außerdem habe ich ein Alibe. Das habe ich euch auch schon gesagt. Ich war beim Fußball und die ganze Mannschaft kann das bezeugen. Ein Kollege von uns überprüft das ja auch gerade. Ja. Hast du denn irgendeine Erklärung dafür, wie dein Vorrat sicher in die Villa gekommen ist? Nee, absolut nicht. Außerdem hatte ich es ja auch gestern noch. Gestern? Ja, das weiß ich nämlich noch ganz genau. Damit habe ich eine Flasche aufgemacht, weil wir keinen Öffner hatten. Und wo war das? Im Jugendtreff natürlich. Das hat Ali bestimmt. Er war beim Fußball. Das haben mehrere Mitspieler bestätigt. SETA habe ich doch gesagt. Wir dozen uns immer noch nicht, Junge, ja? Ja, okay. Aber du kannst gehen. Bring sie bitte raus. Ja, los. Tja. Er hat die Jungen komplett fehlgeschlagen, würde ich sagen. Sag mal, Robert. Sitzt du eigentlich bequem? Ja, passt schon. Ja, aber nicht mehr lange so bequem. Du gehst jetzt nämlich Kuchen holen, Kollege. Du bist zweimal zu spät gekommen. Das heißt, du musst einen ausgeben. Ja, und von welchem Geld? Du weißt doch, dass er kein Geld hat. Ich habe mir gerade eine Dauerkarte geholt. Für den zukünftigen Absteiger. Aufsteiger, mein Freund. Jungs, Schluss mit Kaffee trinken. Ich weiß, wer der Täter ist. Ich war im Krankenhaus. Ist die Putzfrau wieder vernehmungsfähig? Ja, sie hat mir erzählt, was Dienstag passiert ist. Also, als sie in die Villa gekommen ist, dann muss der Einbrecher schon da gewesen sein. Sie hat Geräusche aus dem Wohnzimmer gehört. Also, wie wir vermutet haben, sie hat den Einbrecher überrascht. Ja, der hat natürlich ziemlich blöd geguckt. Ja, und an viel mehr kann sie sich nicht erinnern. Und sie hat dann den Schlag auf den Kopf bekommen von hinten. Moment mal. Sie hat jemanden im Wohnzimmer gesehen. Hat einen Schlag von hinten bekommen. Das waren zwei Täter? Genau. Die Frau kann aber nur einen der Täter beschreiben. Kurze braune Haare. Knapp 20 Jahre alt. Und er hatte einen Oberteil an mit einem Aufdruck. Und zwar mit der Aufschrift Pizza Express. Kevin Frank. Ja klar, wer sonst. Jetzt macht das Ganze auch Sinn. Ich kann mir auch vorstellen, wer der zweite Täter ist. Ich meine, jemand wollte den Verdacht auf diesen Marcel lenken und hat das Feuerzeug am Tatort platziert. Nein, ich hab mir direkt gedacht. Die Spurensicherung übersieht doch nicht so ein Feuerzeug. Und dennoch so ein Großes. Klar. Marcel Schreiber ist vorbestraft. Sie wussten, dass wir auf ihn kommen. Ja. Und wer hatte die Möglichkeit, relativ unbemerkt an das Feuerzeug von diesem Marcel zu kommen? Hm? Jana Herwig. Aber was für ein Motiv sollte die haben? Vielleicht wird sie sich an Marcel rächen oder irgendwas vertuschen, was weiß ich. Irgendwas hat die mit unseren Pizzaboten zu tun? Ja. Das sollten wir rausfinden. Und aus diesem Grund fahr ich dann mal hin und nimm den Jungen mal ein bisschen in die Mangel. Ja, dann spreche ich mit die anderen. Gut. Gut. Bis später, Freunde. Und der Kuchen ist hier, wenn ich wiederkomme. Ja, klar. Der Eingepackte. Mhm. Die Frau hat dich wiedererkannt. Welche Frau denn? Mann Junge, hör auf zu lügen. Fontanelli Pizza Express. So, jetzt mal Feierabend hier echt. Wir haben ein Bewegungsprofil von deinem Handy erstellt. Das belegt, dass du am Tatort warst. Dein Pizza-Auto wurde dort gesehen. Und das Opfer hat dich zweifelsfrei als Täter wiedererkannt. Es sieht nicht gut aus für dich, Junge. Ach so. Übrigens wissen wir auch, dass du mit Jana Herwig gemeinsame Sachen machst. Ja, verdammt, sie haben ja recht. Ich hab das von Anfang an mit meiner Freundin geplant und auch durchgezogen. Kevin und ich, wir sind seit einem Jahr zusammen. Und was ist mit Arbeit? Ach, das war auch alles eine Show. Naja, wir kennen uns aus der Schule. Und da auf mich steht, naja, hat er perfekt zu unserem Plan gepasst. Was ist denn für ein Plan? Naja, Kevin und ich dachten, wenn ich mit ihm zusammenkomme, dann könnte ich mir perfekten Zugang zu der Villa verschaffen. Ihr wolltet die Bude ausräumen. Das war euer Plan. Ja, wir dachten, es wäre nicht besonders schlau gewesen. Wenn ich einfach was mitgehen lassen hätte. Also die Aktion mit dem Kellerfenster. Wir wollten, dass es einfach so aussieht, als wenn es die Einbrecherbande gewesen wäre. Das war ja überall in den Medien. Mit den Einbrechern im Willenviertel. Doch plötzlich war da diese Frau. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ich rufe die Polizei. Was soll das? Ach du Scheiße. Scheiße. Wo kam sie denn hier? Ist sie tot? Ich weiß nicht. Lass uns einfach schnell abhauen. Ich weiß wirklich nicht, warum ich das getan habe. Ich habe einfach reagiert. Und weiter? Wir sind so schnell wie möglich abgehauen. Ich war ja noch mit Arvid verabredet. Und als ich dann mit ihm in die Villa gekommen bin, war ich total froh, dass die Frau noch gelebt hat. Und die Sache mit dem Feuerzeug? Naja, als sie Kevin verdächtigt haben, da dachten wir, dass wir eine falsche Spur legen müssen. Und Marcel, der ist immer so großkotzig. Und außerdem hat er schon öfters krumme Dinger gemacht. Da habe ich ihm das Feuerzeug einfach geklaut. Ihr wolltet einen Unschuldigen einreiten. Wegen ein bisschen Kohle. Wir hätten das Geld wirklich gebraucht. Wofür? Ich bin schwanger. Kevin und ich kriegen ein Baby. Ich bin im dritten Monat. Meine und seine Eltern sind dagegen. Mein Vater hat gesagt, dass er mich rausschmeißt, wenn ich das Kind behalte. Ihr wolltet also mit dem Geld abhauen. Ja, wir wollten einfach an einen anderen Ort. Eine kleine Familie gründen. Mehr wollten wir doch gar nicht. Das ist ein bisschen. Ich bin es. Ich bin es. Wir wollten das. Ich bin es.